Wie man auch sieht, dass persönliche Eitelkeiten dann auch komplett zurückgestellt werden. Da gab es gar kein Thema, wer welchen Elfmeter schießt. Marvin hat den ersten Elfmeter geschossen, Niklas schießt den zweiten Elfmeter. Stimmung ist gut, positiv. Ich denke, gerade nach einem Derbysieg tut das natürlich gut. Die Jungs haben jetzt frei, sollen es auch genießen. Es war, glaube ich, ein tolles Spiel auch von unserer Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit, wo wir den Gegner wirklich auch spielerisch gut bestimmt haben. Wir wissen aber auch, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen was gefehlt hat, dass wir zufällig Zugriff hatten. Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben und wir werden jetzt auch nicht in totaler Euphorie oder in totaler Euphorie verfallen und unseren Weg aus dem Auge verlieren. Sie ist so gefestigt auch, dass die Mannschaft das auch richtig einordnen kann. Sicherlich, ich habe es gerade gesagt, sie soll das natürlich genießen. Es war für die Mannschaft ein unheimlicher Push, auch diese Verabschiedung hier zu erhalten nach Hamburg, aber eben auch den Empfang zu bekommen. Und da sieht man, wie viel solch ein Derby wert ist für Bremen, für die Region Bremen. Und das ist schön, das so zurückgespielt zu bekommen. Aber die Mannschaft weiß auch, dass ab Mittwoch wieder die volle Konzentration auf die Vorbereitung gegen Dynamo Dresden beginnt. Und da nehmen sie sich auch selber in die Pflicht, auch im Training, wenn da irgendwie einer ausschert. Der wird sofort wieder reingeholt und alle wissen, dass wir noch einiges vor uns haben und dass wirklich Woche für Woche auch viel Arbeit ist. Von daher müssen wir da jetzt nicht irgendwie auf die Euphoriebremse treten, weil jeder weiß, um was es auch geht. Zunächst einmal, wir hatten das ja auch schon oft in der Hinrunde gesagt, das war natürlich für ihn auch keine einfache Situation. Wenn du dann spät wechselst, keine wirklich richtige Vorbereitung mit der neuen Mannschaft gespielt hast, dann natürlich, klar, Corona, das hat ja alle betroffen im Endeffekt auch, was jetzt auch nicht so ganz einfach war. Dann war er ja selber noch erkrankt und ich glaube, für ihn war es einfach wichtig jetzt, oder für ihn ist es wichtig, diesen Rhythmus auch zu bekommen in seinem Spiel Woche für Woche, auch im Training natürlich. Das war natürlich in der Hinrunde auch nicht ganz einfach für ihn, aber das ist das Entscheidende. Und als Typ, er ist ein relativ ruhiger, entspannter Typ, ich glaube schon, dass er auch reflektiert ist, sich hinterfragt und man merkt ganz einfach auch von seiner Seite eine Unzufriedenheit, die da war auch über die Hinrunde. Und natürlich haben wir uns auch erhofft, dass er das Potenzial, was er hat, natürlich jetzt zeigt. Und ich glaube, da ist er auf einem ganz guten Weg, er macht es aktuell sehr gut. Und wie gesagt, es ist gut und schön, ihn bei uns zu haben. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir diese Qualität, diesen Konkurrenzkampf bis zum Ende hin beibehalten können und da auch von Verletzungen verschont bleiben. Es ist, glaube ich, normal, wenn du gerade zu Saisonbeginn viel gespielt hast, ist die Erwartungshaltung natürlich auch sehr hoch. Man muss sagen, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis sich die Mannschaft dann im Endeffekt gefunden hat. Und klar ist es natürlich auch für einen Spieler, der vielleicht so ein Stück weit hinten dran ist, nicht ganz einfach, wenn es eben auch gut läuft. Es gibt jetzt auch für den Trainer nicht viele Anlässe, irgendwie großartig zu wechseln. Wir haben wenig Verletzungsprobleme, die Mannschaft ist stabil, die Mannschaft ist erfolgreich aktuell. Und natürlich ist es dann eben nicht einfach. Aber das Wichtige ist auch gerade für unsere jungen Spieler, dass sie an sich arbeiten, dass sie die Trainingsqualität hochhalten, dass sie wirklich versuchen, sich in jedem Training anzubieten. Und natürlich dann auch, wenn du eingewechselt wirst, dann punktuell natürlich auch ein paar Pluspunkte zu sammeln. Klar ist er auch einer, der mehr will. Er ist ehrgeizig und er will auch spielen. Und für jeden Spieler ist es keine einfache Situation, auf der Bank zu sitzen. Aber wir haben auch gesagt, das ist wichtig. Also wenn wir Erfolg haben wollen, du als Team, dann muss sich jeder auch komplett einbringen. Und da ist es auch mal nötig, ein bisschen Geduld zu haben. Wir wissen um sein Potenzial. Wir wissen aber auch, dass er sich noch weiterentwickeln muss. Das macht er, das will er. Und von daher ist das, denke ich, auch eine ganz normale Situation. Er ist ein Typ. Er ist natürlich auch einer, der ganz klar seine Meinung vertritt, was wir uns natürlich auch wünschen, was wichtig ist. Und er ist ein enorm wichtiger Faktor. Wir freuen uns, dass das so gut funktioniert, auch in Verbindung mit Marvin. Und ich glaube, wenn man jetzt mal auf das letzte Spiel zurückblickt, wie man auch sieht, dass persönliche Eitelkeiten dann auch komplett zurückgestellt werden. Da gab es gar kein Thema, wer welchen Elfmeter schießt. Marvin hat den ersten Elfmeter geschossen, Niklas schießt den zweiten Elfmeter. Und ich glaube, dass das auch schon ein sehr gutes Zeichen ist nach außen, was wir wirklich für ein gutes Klima in der Mannschaft haben. Es kann auch nicht zu gut sein. Ich habe es gerade gesagt, es gehören auch mal Reibereien dazu.